Haltet ihr von Among Us? Among Us Oh, das ist super, da gibt's so einen Button, den man drückt, keine Mitte und dann können wir beraten, wer Traitor ist Timo, wie du dich über die Aussprache lustig machen wolltest und dann gemerkt hast, dass es die richtige ist Hör auf, mich so out zu kommen Aber es war so, oder? Ja, es war Zona von Tritts Vielleicht hat's komisch gesagt, aber eigentlich ist das richtig Das heißt, wenn Joey mit der Scheiß wieder anfängt, dann kommt wieder, uh, sprich's Donkey Kong Country komisch aus Hä? Boah, ich hab nur Donkey Kong Country gesagt Das hab ich nie gesehen, ich hab noch nie gesagt, dass du Donkey Kong Country komisch aussprichst, oder? Doch Wie sprichst du's denn aus? Das sag ich nicht Kann Timo die Begrüßung machen? Boah, nee Ja Oh, yo, Timo die Begrüßung machen, natürlich Mach mal Oh nein Oh nein Warum sollten Leute auf deinem Kanal vorbeischauen? Äh, äh, er möchte jetzt ein Meeting, okay Leute, geht los So, aber wer hat der reingeschmettert? Reingeschmettert Ich glaub Timo war ein bisschen nervös Ich glaub Timo war ein bisschen nervös Ich war ein bisschen nervös, das musste jetzt raus Oh, schön Ey Ach du Scheiße Hallo, auf jeden Fall Warte mal die Begrüßung bitte erst, dann fangen wir an So Noch ne Noch ne Noch ne andere Das war schon eine, oder? Das war mein Oder war das einfach nur dein Darm? Das war mein Darm, der hat sich begrüßt zu dieser Folge Problem Terrorist Town Hä, man sieht doch was Wir sind Among Us, das sieht man doch Sorry, sorry, Among Us Ach ja, das ist Among Us Auf jeden Fall mal keinen Knopf drücken und dann können wir drüber reden, wer vermutlich Traitor ist Wo gibt's denn hier Waffen? Okay, aber dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wenn der Emergency-Meeting-Knopf gedrückt wird, auch alle da hinkommen Egal Traitor oder nicht Mogi war nicht überzeugt von der Begrüßung Okay, selbst die Traitor müssen da hin Ja, alle Ja, alle Damit müssen sie erschießen Nein, die Traitor kommen nicht hin Wo müssen wir hin? Damit wir dann alle sehen, wer innocent ist und dann geht die Jagd los Dann sind sie Vogelfrei Kann man die, äh, Aktivitäten machen? Oh oh, man kann die sogar machen Scheiße Oh, hier kann man auch machen Geh mal rein Hä? Was ist denn? Hilfe Hilfe Das war, glaub ich, keine Absicht von Maeve, oder? Nee Kannst du es einfach so aufmachen? Es war schon so eine gewisse Absicht, weil ich das schon gedacht habe, was passiert Oh man kann es wirklich einfach so aufmachen Oh man kann beide aufmachen Oh 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 Was hast du gesehen, Mogi? Ich glaube, da ist jemand gestorben Ich glaub ich auch Oh, shit, ich hab ich verlaufen Maeve, was hast du gemacht in der Runde? Oh Ich habe Ricky in den Band reingepackt Also nicht in den Vent, sondern, wie heißt das? In den Vent reingepackt. Diese Müll-Luke habe ich Ricky reingeschickt, dann habe ich ihn ins Weltall. Oh, da ist er gestorben. Ich habe ihn ins Weltall hinausgelassen. What's up, guys? Ich habe den Weg gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, wie hast du ihn denn confirmed? Oh, der Traitor hat die Tür zugemacht. Wir wissen nicht, ob er Traitor war oder nicht. Der Traitor hat die Tür zugemacht. Ich kann ihn nicht confirmen, weil er weg ist. Ist das gefährlich, dass die Tür zu ist? Nee, aber Maeve guckt genau zur Tür. Warte mal, können nicht nur Traitor die Tür näher öffnen und schießen? Oh, das ist ganz schön sus, Maeve. Bin ich ehrlich. Der ist wirklich gekillt und dann... Er war's! Er war's nicht! Was? Nein! Wer war das denn? Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Sorry, ich dachte... Sorry, Jungs. Ich dachte wirklich, das sieht jetzt blöd aus. Ihr habt so gesagt, ihr schaut da hin und so, ihr wart so übersicher. Und dann dachte ich, okay... Oh, shit! Ey, ey, ey. Ich habe dich geschossen. Ich habe dich geschossen. Das war ein falscher Guest mit ich. Johnny ist es! Johnny ist es! Oh, warte mal kurz. Ah, im Meeting bitte ausrufen, bevor du sowas sagst. Ich brauche ne Sekunde, okay. Oh, warte mal! Du bist nicht Johnny! Es tut mir leid! Ich bin ein Idiot! Ich hab nur noch kreis Lens spielen! Ich wollte den Melanotter in die Menge schmeißen! Oh mein Gott! Wo ist denn der? Können wir die Healing Station noch haben? Ich bin's nicht! Du bist es! Okay, ich möchte mal eben... Okay, lass mal zurück. Oh Gott! Das ist nicht gut! Was ist denn? Ich hab die Explosion gehört! Was ein Massaker! Ich hab dir dieses ganz woanders hingeflogen! Oh Mann, Junge! Warte mal, da fehlt ja noch einer! Ricky, wo ist... Ricky? Ich mein, die hätten mich jetzt eh umgebrochen. Ricky ist tot! Ist er das? Morgi ist es, oder? Morgi ist es auch tot! Ja, da ist es Rikki! Ja, da ist es Rikki! Ja, da ist es Rikki! Ja, aber wer ist es dann? Rikki ist nicht tot! Rikki ist nicht tot! Sicher? Wir konnten ihn nicht confirmed! Er wird mir nicht als tot angezeigt! Aber es ist ja nicht confirmed! Er war ja in dem Van drin und dann... Ach stimmt, der wurde ja rausgeworfen! Ja, deswegen... Es muss einer von uns dreien sein! Shimtex hätte mich dauernd töten können! Schon! Shimtex! Das ist jetzt unangenehm! Das ist jetzt unangenehm! Das ist jetzt unangenehm! Ja, ich hätte dich jetzt töten können! Ich persönlich glaube aber, dass Fuli es nicht ist! Ja, ich bin innocent! Du hättest nämlich mich kehlen können! Shit! Was machen wir dann? Fuck! Was macht Morgi denn jetzt? Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Stein, Papier! Oh Gott! Ey! Wie geil! Es war am Ende ja wirklich ne Mörtel-Signal! Oh mein fucking Gott! Ja! Ich wusste nicht, wie ich da rauskommen soll! Ja, ich wüsste auch nicht, was du hättest machen sollen! Wieso ist die heilige Hand gerade? Egal! Egal! Du hast mich damit fast weggesprägt! Ja, ich weiß! Ich hab mich damit weggesprägt! War Ricky Trader jetzt eigentlich? Ich dachte, ich hab sie in diesen Gang runtergeworfen! Aber anscheinlich... Das Emergency-Meeting war auch in meinem Weg! Keine Ahnung! Oh, jetzt hab ich direkt ne Waffe gehabt! Ja, und dann war ich am Ende... Hm... Du wusstest doch, dass ich es tun muss, ne? Warte mal! Hast du eigentlich den Melon Launcher geschossen, oder war das Johnny? Weil Johnny kam genau von der... Ich war... Weil du kamst genau von der Ecke, wo Johnny hätte kommen müssen! Ich wollte zwei Leute mit dem Melon Launcher eigentlich erwischen! Und äh... Dann hab ich einfach nur ganz normal geschossen! Und dann dachte ich so... Warte mal kurz! Dann musste ich zum Melon Launcher switchen! Und dann hab ich nur noch Hockey erwischt! Wieso sind hier keine... Warum sind hier keine Waffen auf der Welt? Der Detektiv sagt, alle... Ja, die sind ein bisschen weniger! Alle treffen sich in Electrical! Ach, Alter, Maul! Was ist das denn? Was ist in der Tat? Ihr wisst doch wohl, was Electrical ist oder nicht! Steht an den Wänden dran! Nein! Hä, ich bin kein Electrical! Ich will da nicht hin, ich hab keine Waffe! Willst du ne Waffe haben? Dann kommst du Electrical! Dann sieht alles relativ elektrisch aus! Dann äh... Dann gehört euch mal die Golden Deagle, ne? Und jetzt Fully jetzt schon! Und jetzt Fully jetzt schon, oder? Das sei jetzt blöd gelaufen! Ich hab die Golden Deagle! Ich könnte jetzt auf jemanden schießen, von dem ich denke, dass er Traitor ist oder ich sterbe! Ihr wisst ja doch alle, wo Electrical ist! Ja, dann mach mal! Ja! Die Web ist nicht so groß! Golden Deagle! Okay! Emergency Meeting mit der Golden Deagle! Okay! Jemand muss den Knopf drücken, aber... Ja, ich, ich suche, ich versuch's gerade! Oh! Chilis! Das ist ne Chili! Das ist doch mal sehr... Oh nein! Oh nein! Die Chili hat dich nicht besonders überrascht! Ich seh nix mehr! Als hättest du sie erwartet! Ich kann die Chilis nicht! Und wer sind die Chili? Ich war direkt hinter dir, Mogi! Nein! Wo sind Chili? Überall! Chili sind der Karte! Oh Gott! Das ist wirklich schnell! Das ist echt ne Emergency Meeting! Das ist das schlimmste Emergency Meeting jemals! Ich weiß nicht, wo ich schieße! Ich krieg sie nicht getroffen! Wir haben Elgin in der Cafeteria! Scheiß mal kurz! Oh, Ricky war's! Oh, Ricky war's! Hey, man hat mich getötet! Wow! Wir sind immer noch welche! Junge! Wir sind denn hier! Wir sind immer noch welche! Oh nein! Ich hab nur noch einen Schuss! Wer hat denn die Golden Deagle für ihn genommen? Ja! Okay! Wer auch immer hinter der Tür ist! Wer auch immer hinter der Tür ist! Wer auch immer hinter der Tür ist! Oder du hast sie von hier innen gerade! Nein! Hockey, Hockey, Hockey! Ich hab immer noch die Golden Deagle! Ja, normal! Ey, Poli war was denn getötet! Good Job, Timo! Sehr gut! Weil einer war in unserer Gruppe! Und du warst hinter mir! Und dann waren die Chilis da! Also muss es ja irgendeiner sein von euch! Ich krieg ne Waffe! Aber du hast sie geworfen, oder? Ja? Nein! Bullis Schlussfolgerungen sind immer falsch! Aber er trifft immer den Richtigen! Ja, wirklich! Jedes Mal! Die Jihad-Bombe, die war davon! Stimmt! Ja, aber ich hab dir auch überlebt! Ja, ich hab dir auch überlebt! Ja, ich hab dir auch überlebt! Ja! Wir haben die Jihad überlebt, also! Kann ich es ja nicht sein! Gibt es diesen einen Raum eigentlich wirklich noch morgens? Ich bin ja grad in einem Raum! Ich glaub ich gar nicht gibt! Ja, das ist O2! Poli, bist du das? Das ist O2! Hier ist ne Galil, Johnny! Das ist O2, okay! Das ist O2! Ja, ne Galil will ich nicht, oder? Ich krieg diese SW-Waffe! Timo, diese Sport-Waffe! Hast du da gemacht, Johnny? Ich luchte dich aber auch nicht! Äh, du kriegst Goldie, okay? Oh, Ricky, man sucht hier Waffen, logischerweise! Kann man wenden! Oder? Die hat vor allem zwei Schuss, mein Lieber! Ricky, da liegen Waffen in den Ecken! Ähm, den nächsten, den du siehst einfach! Alle reinkommen! Nein, nein, lass, komm scheiße! Oh, da ist jemand, warte! Ricky bedrängt mich! Junge! Warum? Johnny, du wirst Proven in nur herzlichen Glückwunsch! Was ist dir passiert? Ah, das war Hockey mit der Golden Diegel! Danke, Hockey! Johnny! Die Golden Diegel liegt hinter mir! Aber das bringt nichts, oder? Ich kann die doch nicht noch mal benutzen! Hä? Wer schießt hier? Wer schießt hier? Oh, der Detective kann die ganze Zeit so ne Chain Reaction an! Warte, warte, warte! Das ist ja voll stark! Auf wen soll schießen noch vor? Muggi hat die ich hier gesehen! Muggi ist Traitor! Muggi hat sich auf dich deportiert! Muggi war Traitor! Auf wen hast du uns geschossen? Okay! Wie shit! Was war das? Maeve! Ich glaub Maeve! Das war die schlechteste Melode! Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Wer hat denn den erschossen hier, den einen? Ich glaub es war Fully! Nein, nein, nein! Fully ist Traitor! Ah ja, er hat auf Maeve geschossen! Er hat auf Maeve geschossen! Also Maeve ist Proven in nur! Man kann das noch sehen! Ich dachte schon, ich hab jetzt verkackte Muggi gesagt! Und ich dann Muggi getötet habe! Hm, dann ist es Fully! Muggi! Muggi! Dann ist es äh... Oder? Das sind doch die einzigen! Ja, Fully! Was machst du jetzt? Ja! Sinds! Hä? Warum hast du dich geworfen? Oh Mann! Ich wollte so dringend eigentlich auf Fully ziehen! Dann dachte ich mir... Aber das war so einfach! Okay, warum hat er den Vogel nicht geworfen? Es ist so ne schöne Runde gewesen! Du musst auch ne Person dringend zielen! Aber nur bei dem Team weitergegangen bin ich so... Hey, warum bin ich jetzt hier? Lauf so weiter! Das ist halt ein Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming-Humming. Stimmt nicht! Du hast so gelogen! Die ist schon entzelt! Nein, nein, das wage ich! Das gefällt mir! Was war das für Schreie? Wer schreit hier? Irgendjemand schreit hier! Oh! Bei Reaktorraum oder wieso schreit das? Wer schreit denn hier so? Das sind die Bienen! Wir brauchen immer alle in meinen Augen! Die Bienen! Achso, das ist das... Achso, ja! Ja, jemand hat die Bienen aktiviert! Oh, sorry! Nein, ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich hab mich geschossen! Du hast geschossen! Ja, aber nicht auf dich! Ja, nicht weg, weil hier Bienen sind! Ja, ich hab mich auch gegen Bienen! Was ist passiert? Was? Ich hab nur ne USP! Bro! Bro! Entschuldigung, ich wollte die Bienen töten! Es tut mir leid! Was passiert hier schon? Ich mag es nicht mehr! Ich glaub, wir müssten gerade den Traitor sehen! Mafe ist innocent! Das geht eigentlich nicht anders! Okay, mein Reddit-Test hat gesagt, dass Mafe innocent ist! Ja, los! Intersucht doch die Leichen! Intersucht! Intersucht doch die Leichen! Ja, Fully innocent! Warte, ich muss kurz niesen! Okay, Fully ist innocent! Oh, ich dachte krass, da liegt... Ich dachte, da liegt immer nach... Krieg ich schon wieder Fairland-Avp! Warte! Okay, forever, ever! Mafe ist unangenehm, ich hab keine Muni mehr! Fucking Biene, Alter! Bist du es, Johnny? Nein! Aber warum hast du mich gerade angeschossen? Ich hab... Hab ich? Ja! Ich hab auf dem Traitor angegriffen! Äh, gekillt! Ja, gekillt sogar! Von wegen, du hast ne Biene angeschossen! Ich glaub dir nicht! Ach, komm schon mal! Ach, komm schon mal! Ey, die Biene killen mich! Ja, shit! Ach, Mann! Johnny! Oh nein! Wieso bist du immer um die nächste Ecke? Ich fass nicht! Ich hab nicht einmal Zeit, irgendwas zu machen! Boah! Boah! Das ist unser Ding, Johnny! Ja! Hättest du noch Credits gehabt für den Defibrillator? Ich hab keine Ahnung! Ich hab nach ner Waffen so, ich hatte nur ne USP! Ich hab gehofft, dass du nicht dran bist! Das ist aber ne echt coole Map! Das geht gar nicht ultra stark, ich hab gelogen! Ricky? Ricky? Das U steht gar nicht für Ultra! Ich finde, wir sollten das Kriegsball begraben! Wir haben uns gegenseitig auf genug getötet! Steht es für Ultraschwach? Okay, okay, okay! Polly ist es! Okay, dann bin ich beruhigt! Wie soll das denn? Dann steht das U doch für Ultra! Wie mein Lieber! Ultraschweißpistole! Warte mal! Hey, geh weg hier aus dem Weg! Okay, Mann! Verpiss dich doch! Hocky hat grad gewendet! Nein! Hä? Ich wünschte man könnte wenden! Ja, Hocky hat grad gewendet, hab ich gesehen! Nein, ich bin gerade mal nach oben rein und wieder rausgelaufen! Das wäre echt cool! Wenn das als wenden gilt, okay, schuldig! Ich bleib hier stehen! Hey, komm hier rein! Ich guck gerade, ob einer reinkommt! Oh Gott, das Flackern ist echt! Oh Gott, das Flackern ist echt! Wir können rein! Komm, gehen rein! Emergency Meeting! Okay, auf in die Kaff! Ich seh nix! Kaff, kaff! Komm, wir hinterher! Okay, okay, okay! F steht für Freunde! Ich kenn mich auf dieser Werm endlich mal aus! Du steht für uns, dich und mich! Weil ich ungefähr weiß, wie Among Us aufgebaut ist! Wer hat's dir gedrückt? Wer hat's dir gedrückt? Ich glaub, jemand ist einfach durchgelaufen und hat gedrückt! Bro, wie uncool! Und wollte uns... Das ist so'n Moggy-Move, oder? Das ist, was Moggy machen würde! Hey, wie bist du denn hier reingegangen? Oh! Hilfe! Ach du Scheiße, der Vogel! Was soll? Was wollt ihr von mir? Ich war tot! Das ist so'n Moggy-Move! Es ist so'n Moggy-Ding! Es ist so'n Moggy-Ding! Was? Willst du mir sagen, dass du nicht das Emergency-Meeting eingekommst? Hockey, was willst du sagen? Eingeleitet hast, Moggy? Wie hast du alle gekillt? Äh, ich hab alle erschossen! Heftig! Du hast den Tauben gewonnen! Nein, das war'n Flubel! Ja, aber ich hab' nur zwei mit ner Tauben! Wir müssen jetzt nicht über die Tauben dazu reden! Es ist wieder... Äh... Okay! Ja, keine Tauben mehr! Okay! Äh, Johnny, um deine Frage zu beantworten! Oh, ich will die Shotgun auch! Wie du was warst? Ich hab schon Emergency-Meeting getrunken! Das ist so'n Drecksack! Ich bin draußen direkt wieder reingelaufen! So'n Drecksack! Das ist so'n Drecksack! Da! 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 Oh, der Baseball wird das richtig scheiß auf dem Eck! Der Detective will mir also eine S- und W-Waffe geben! Was ist hier schon wieder los? Hockey töten! Nein! Ah! Das ist doch wohl! Hä, wo, 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 wo? Das war's! Wait! Die Kameras funktionieren! Wirklich? Die Kameras funktionieren! Das ist ja saucool! Übel cool! Mega cool! Da ist ne Leiche! Das ist voll... äh! Was passiert denn hier grad? Kann ich irgendwie mal suchen? Da sterben Leute! Was? Wieso ist das denn? Er hat Mogi immer erwischt, wie er was essen wollte! Wieso ist das denn? Okay! Oh, Mogi muss immer was essen! Oh! Oh! Dann ist es Johnny! Nein, 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 nein! Warum? Ja, doch! Warum? Ja, weil ich... Okay, nur aus meiner Perspektive, ich weiß es nicht! Timo kann's nicht sein! Timo hat grad nen Trailer gekillt! Ah! Er hoff wenden zu wollen! Nein, ich will... ich wollte... Da schießen welcher? Ja, ich kill Johnny, weil der Trailer... Was?! Wie konnte ich den Pfeil daneben schießen?! Oh, Mogi ist sogar rot! Hä? Und du sagst Hockey meine Schlussfolgerungen sind wack! Okay! Bruh... Wie random das ist... Töte Hockey! Okay! Bruh, wie kann das sein? Wie ist Johnny mal wahr? Ey, wie kann man... Ey, aus meiner Sicht, ich hab gesehen, ich bin der Nussent... Ich muss ruhiger spielen! Ich hab so gepanickt, weil... Ja gut, ich mein... Also nur aus meiner Sicht, das hätten wir ja... Hockey hat auf mich geschossen, ich konnte ja nur noch den Knopf spammen, aber... Ey, ich will zu meinem Vertrauen sagen, ich hab zwei Leute umgebracht! Ja, Maver Detective! Da muss ich beim Verköstigen erwischt! Ey, der Arrow ist ein One-Shot, oder? Ich hab übrigens den Glatter gekauft und wollte... Ich glaube, der ist ein One-Shot, ja! Hockey? Was? Der Pfeil, der hätte dich gekillt, oder? Ich hab den hier eingesetzt! Ich hab Fump gehört und ich hab dich einfach verfehlt! Ich fass es nicht! Du stehst wirklich einen Meter vor mir und ich schieß den Pfeil daneben! Aber du hast nachgeladen! Ja, aber das hat wieder viel zu lang gedauert! Du hast es nachgeladen! Jo! Okay, warum das Emergency Meeting? Was geht ab? Also, ich hab eingerufen! Komm mal bitte zusammen! Ich möchte darüber reden, dass wir Johnny eine neue Brille kaufen müssen! Ja! Okay! Also, Johnny ist einfach zu blind geworden! Ich stand vor ihm so! So! Und er hat mich nicht gesehen, dass ich umgeregt gegangen! Wie? Ich hab... Ich stand vor dir! Hast du mir nicht gesehen? Wieso ist Johnny... Hey, bei was denn? Welche Situation? Johnny! Welche Situation? Johnny ist Detective! Johnny ist Detective! Johnny ist Detective! Ich bin die ganze Zeit hinterher gelaufen! Hast du mich nicht gesehen? Ja, aber... Ich stand vor dir! Ich stand in dir! Ja und? Du hast mich nicht darauf angesprochen! Deswegen muss ich sagen... Hä? Hä? Ich weiß gar nicht, worauf du raus willst! Ich hab doch ne heiße Kartoffeln und damit will ich noch was lustiges machen! Okay! Aber bitte nicht hier hin! Können wir aus dem Munchen? Hier ist auch zu viel Raum, um auszuweichen! Ich will keine Mac-10 haben! Das wär so natürlich grad irgendwie! Ey! Keine Mac-10! Ich will keine Mac-10! Ich will keine Mac-10! Macaroni? Das ist so langsam! Wie schließt du mich an? Ich bin da hinten hin! Okay! Johnny macht grad das stark! Ey! Hör auf mein Schaf aufzuhalten! Warum greifst du mich an, Mann? Ich greif dich gar nicht an, du Lügner! Ja, ich hab's gewohntet! Ich bekomm den ganzen Tag Damage! Oh mein Gott! Jemand hat dich infiziert! Komm mit! Komm mit! Wirklich? Ja! Hockey wurde infiziert von den jemanden! Wir haben gar keine Views mehr! Geh mal rein, Timo! Nein! Haben wir nicht? Nein! Ja, aber ich war's nicht! Ich hab keinen einzigen Schuss abgelassen! Oh mein Gott! Nein! Der kommt hier nicht raus! Hallo! Das hab ich jetzt nicht raus! Ich bin gar nicht mehr bei dir in der Nähe! Ich blockier die Tür! Ich auch und ich bin auch dran! Oh, ich glaub, Hockey ist straighter! Er will mich framen! Wofür mach ich das? Oh mein Gott! Der hat mich ausgekillt! Der hat mich eigentlich nicht verbrennen! Au! Das tut mir leid! Wo ist denn das überhaupt? Timo! Babe! Joddy! 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 Ich muss kurz flüchten! Irgendwas war hinter mir! Wo ist denn der? Johnny war... Nee, Shiptex war Traitor! Ach doch, er war Traitor! War ich es, oder? Oh mein Gott! Johnny! Hä? Da bist du ja nur noch du... Okay, warte mal! Wir beide leben! Ja! Und Johnny lebt noch! Was ist mit Mogi und Ricky passiert? Hast du den... Mogi liegt da, Ricky liegt da! Da ist irgendwas fake! Wir haben... Ja, irgendwas ist fake! Ja, irgendwas ist fake! Oder Johnny lebt noch! Nee, Johnny ist aber Detective, ne? Ja, echt? Ja! Endlich mal ne Runde, wo ich gewinne! Johnny hat die Runde geholt! Let's go! Let's go! Let's go! Applaus, Johnny! Applaus! Dass das mit dem, äh, die Tür blockieren hat wirklich funktioniert, oder? Ja! Kann ich das auch nochmal sehen? Ich wollte mich auch durchmogeln, indem ich dich kille! So! Hast du ne... Oh, was? Ich habe gemerkt, aber da waren plötzlich alle da! Hockey, du warst es, oder? Das fucking Rifle trägt ja mir wirklich nichts! Ah, okay! Aber warum wurde ich ange... Du hast mich jetzt nicht angeschossen, oder? Na, ich hab dich wirklich nicht angeschossen! Ich hab die Hälfte in mein Leben verloren! Ich check's nicht! Ja, mach mal! Wo ist Ricky? Oh, Mia! Ist so cool, dass die Cams funktionieren, Alter! What up, Maeve! Hallo! Ich muss dich von Hockey beschützen! Und verstecken muss mich auch! Vertraut diesen Mann nicht! Vertraut diesen Mann nicht! Oh, Fully ist Detektor! Vor allem nicht, ich will nur aufs Großen machen! Hm! Soll ich jemanden handcuffen? Da klebt die Melonen an der Wand! Ja, Ricky hat's gar geplantet! Hä? Ricky hat's gar geplantet! Ricky hat's gar geplantet! Was soll das? Ich hab das voll gesehen! Hä? Er hat vor meinen Augen die Melone ge... Ricky war doch Traitor! Ja, wieso? Ich verstehe nicht, warum er das macht! Ja, GG! Ja, Ricky macht öfter sowas! Das ist ja super obvious! Okay! Okay, wir müssen mal drüber reden, dass, äh, was Ricky getan hat! War nicht clever! Das sehe ich genauso! Kennst du ihn aufhängen? Warum kriegst du die Waffe nicht einzeln? Hä, was machst du da? Okay! Ich glaube, Ricky will ein Emergency Meeting! Okay, Ricky, worüber willst du mit uns reden? Ich bin ein schlechter Traitor! Also! Ich bin ein schlechter Traitor! Liebe Damen, liebe Herren! Bären! Das sagt Ricky doch immer so! Liebe Damen, liebe Bären! Oh nein! Ja! Irgendjemand hier im Raum ist übrigens Traitor und ich glaube der andere mit dem Magnetostick ist es! Ich glaube es ist... Nee! Wo ist der andere mit dem Magnetostick? Wer hat denn, wer hat denn die andere Leiche aufwerten? Wer hat denn Fully aufgehängt? Wer hat denn Fully aufgehängt? Wir haben leider keinen Detektiv, der jetzt irgendwie sowas sagen kann wie... Aber jeder kann das halt, ne? Der eine erschießt mal jetzt den anderen! Ich hab die Detektiv Waffe, vielleicht kann ich den Detektiv einfach übernehmen! Äh... Wie, welche Detektiv hat Rasse? Bist du jetzt der Detektiv, Maeve? Nee! Ich hab die oben hier einfach, ne? Okay Maeve, was sollen wir machen? Das sieht toll aus, als würde er wirklich stehen! Ja! Lass mich auf den Kopf ziehen und dann sagen wir, was wir machen sollen! Schimpfix ist ein bisschen Respekt und Moggy ist sehr Trigger-happy! Deswegen würde ich sagen, Timo gegen Moggy, Crowbar-Fight! Oh shit! Ich glaube halt, dass du es bist, Maeve! Ja, warum bist du es denn jetzt? Du hast vorher komplett allein den Admin! Ja, okay! Darauf lass ich rein! Crowbar-Fight! 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 Oh, Moggy, du wirst doch nicht verlieren! Du hast doch nie sowas verloren! Na, ich verliere doch nicht! Oh! Feinlich! Na, feinlich! Ist es jetzt Timo, oder? Nein! Ich bin immer noch erwachen müssen! Also, ich bin hundertprozentig, ich habe einen Trailer gekillt! Das Nein von Timo klang schon sehr glaubwürdig! Ey, ey! Die Tür ist geschlossen! Ich glaube, es war Johnny! Ich bin ziemlich sicher, dass Maeves dazu geschaut hat! Johnny war sehr überfordert gerade! Ich glaube, die ganze des Maeves! Warte, warte! Lass ihn abfangen! Der kommt doch hier lang! Junge! Oh, es war Hockey, oder? Nein! Ich habe einen Trailer gekillt, Mann! Johnny! Ach, ich hasse dich! Hier ist er nicht! Johnny? Nein! Mann! Wieso, wieso verzieht die Waffe so komisch? Ich hätte ihn doch eigentlich beim Zeilen mal gehabt! Oh, was war denn das, Amanda? Ich habe dich mit der Dings abgeschossen mit der Detective-UMP! Ach so! Die macht so Elektroschock! Die hat mich kurz zucken lassen! Ja, ja, genau! Ja, ich hätte eigentlich noch einen Teleporter gehabt und eine Armbrust, aber ich war ein bisschen überfordert! Ja, du warst echt sehr gut in dieser Trailer-Runde! Geht so! Ich habe euch nicht hinter mir gesehen! Ich wollte ihn eigentlich auf den Emergency-Meeting-Tisch packen! Dann werde ich mal Emergency-Meeting machen mit Puff! Der Raum war voll, Ricky! Da waren vier Leute drin! Ja, das habe ich danach dann auch gesehen, als ich mich umgedreht habe! Das ist mir schon so oft passiert! Ich dachte, ich bin so alleine im Traitor-Shop! Und dann drehe ich mich um, zwei Leute sehen das so! Warte mal! Wie war das? Wie war das vorhin? Oh, wir sollten Johnny eine Brille kaufen! Die Kameras gehen, hast du vorhin gesagt! Ja, wirklich! Ah ja, die Kameras gehen! Warte mal mit! Ich brauche eine Waffe! Was habe ich dir jetzt schon wieder gemacht? Nein, nein! Das war an Ricky gerichtet! Schau mal! Der die Tech-Meeting einfach! Die funktionieren! Du kannst die Knöpfe drücken! Ich habe den Tech-Leuchte! Die Kameras leuchten sogar dann! Das heißt, wenn jemand stirbt, kann ich sie wiederbeleben! Ja! Hallo! Warte, ich will das sehen! Ich brauche eine Waffe für dich! Wo sind die Kameras? Hier bei Kameras! Wo die immer sind! Bei Kameras! Ich verstehe die Map im 3D nicht! Der Apollo ist ja doch dabei! Wirklich nicht? Oh ja, die leuchten sogar! Die Kameras leuchten! Oh Gott! Das ist ja mega cool! Super mega geil ist das! Super mega geil würde ich sagen! Ey! Ey! Ich schieße gegen die Wand! Ich mache nichts! Ich wurde so... Verstehe ihr? Oh! Nein! Irgendjemand hat ihn... Wie nennt man das? Johnny wird den Moment sterben! Ich bin ein Falli, dude! Ja, in 20 Sekunden bin ich weg! Hockey, warst du das? Kann mich jemand heilen? Oh mein Gott! Er warst du! Ich habe es gesagt! Warum? Weil ich ihn nicht gesehen habe, wie er geschossen hat! Ah, okay! Innozent! Warte, warte! Hey! Ja! Aber nicht den Traitor! Warte, warte! Johnny ist schon an seiner Krankheit gestorben! Er war doch innocent! Ja komm jetzt in die Kamera! Ja, er war krank! Das dauert ein bisschen! Na schon! Hey! Hey! Er kann nicht, wenn jemand guckt! Oh mein Gott! Ich bin zurück, Jungs! Wuhu! Wuhu! Wie super ist das! Hallo! Du warst eigentlich tot! Du warst eigentlich tot! Oh Mann, du bist so gemein! Warum bin ich gemein? Er war innocent! Ich habe ihn nicht erschossen! Aber er hätte wieder Traitor sein können! Nein! Äh! 20%! Wer hat gerade jetzt geschossen? Ricky war Enos! Oh Gott! The fuck! Was geht hier gerade mal erschossen? Mann! Wir haben so ein gutes Ding hier gerade! Und dann killen sich alle gegenseitig! Was ist hier los? Ich weiß nicht, woher diese Spannung kommt! Normalerweise bin ich doch so trigger happy! Was ist das hier, Mann? Ja, ich glaube auch, dass du gleich aller schießen wirst vor dich! Ich erschieße gleich jemanden! Ich halte es nicht mehr aus! Oh mein fucking Gott! Okay Maeve ist es! Okay Maeve ist es! Scheiße! Ich seh das! Ah, ich möchte ein Meeting einberufen! Denn die Auszeit von Fully gerade eben! Die fand ich doch sehr verdächtig! Hey, es ist doch Maeve! Oh, es ist Fully! Es ist Fully! Oh mein Gott! Nein, es ist Fully! Sicher? Bist du es? Nein! Triff doch, du Vollidiot! Oh! Oh, das Maeve, warum bin ich so gemein zu dir? Warum bist du so gemein zu mir? Hast du Maeve getroffen? Wärst du gegen mich so gemein? Ich bin übrigens tot! Ah shit! Es war Maeve! Oh, das Maeve, warum bin ich so gemein? Es tut mir so leid, Johnny, aber du hättest Trainer sein können! Ja, hätt ich auch! Aber wie lame ist das denn? 20%! Wie lame ist das, dass das Moggy mich wiederbelebt und du mich umbringst? Wofür hat er mich denn dann wiederbelebt? Das war auch ne große Verschwendung meiner Ressorts, deswegen hab ich Reki erschossen! Ja, zu Recht! Was soll die Scheiße? Wie kann man so ein Spielverderber sein? Ich wollte nochmal auf den Emergency Meeting Button drücken, damit du nichts sehen kannst, aber der hat schon mal einen Cooldown! Der hat einen Cooldown, ja definitiv! Ja, ich hab auch irgendwie nicht richtig... Erschieß mich doch, du Vollidiot! Ja, die MP7 ist nicht so mein Ding! Oh, die ist gut! Mit der kann ich auch nicht... Ja, aber er hat jetzt hier den ganzen Magazin leer geschossen und nullmal getroffen! Ok, haben wir ein Problem, oder? Bekomm ich ne geile Waffe mit dir, oder was? Hey, ey, nullmal getroffen ist gelogen! Die musst du dir erstmal verdienen, so ne geile Waffe! Ab der hier grad Private Time? Oh, was ist denn jetzt los? Das geht nicht gar nicht los! Also, ich will hier einziehen! Das geht mich überhaupt nicht an! Das ist mein Zimmer, geht mal raus hier! Ok, jeder der nicht hier ist, ist Traitor, oder? Das können wir schon mal festlegen! Aber ihr könnt euch durchquetschen! Ich glaube, irgendwer fehlt! Ja, ich fehle! Ja, genau! Maeve! Maeve ist Traitor! Oh, mein Gott! Maeve ist Traitor! Wie lustig! Ja, Mogi! Ich wollte sagen, wir schicken jetzt Leute rein und verbarrikadieren in die Tür, da stellen uns jemand an, damit sie nicht raus können! Ja, das wäre super, aber jetzt sind alle weg! Ich wollte gepfängnis! Ich wollte gepfängnis! Oh, Maeve! Oh, Maeve! Irgendjemand hat geschossen! Ey, Maeve, buchstabier mal in uns dein Druck jetzt! Vorsicht! Hinter dir, da sind sehr viele Leute! Johnny, willst du vielleicht eine Healing Station machen? Da sind sehr viele Leute! Hier bin ich! Hallo! Hat sich gestorben? Hat der Traitor schon irgendwas gemacht eigentlich? Ja, er hat Ricky gepfängnisiert! Aber Ricky hat überlebt! Wie sieht denn so eine Healing Station... Warte mal kurz, die Tür wurde doch grad zugemacht von Traitor! Ich bin mir relativ sicher, dass es Hockey war! Nein! 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 Ich mach's nicht! Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Maeve, jetzt konzentriere dich weiter! Wo seid ihr denn jetzt? Wie sieht denn die Healing Station aus? Oh ja! Wo seid ihr jetzt? Ich glaube, das ist Ricky! Oh Gott! Ich wurde doch geportet! Ich wurde doch geportet! Irgendjemand hat Beanen losgelassen! Und Fully ist tot! So, dann guck ich mir das nochmal! Warte mal! Können Traitor auch geportet werden? Hey, Ricky! Ja, Rix! 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 Sag ich doch, Hockey war's! Wie macht man denn das hier mit dem Tatort? Ah! Ah, okay! Und dann seh ich das! Was bringt das? War ein bisschen unlucky, dass ich dich geportiert habe! Aber ich musste denn callen, dass ich weiß! Was bringt denn dieser Tartort Visualizer? Ah, dann siehst du einen Tartort! Ja, ich hab dann gesehen, wie da jemand gehockt hat, neben der Leiche! Das war der Täter! Kann ich dann auch gucken, wer das ist, oder wie? Ich glaube, du kannst nur sehen, wie es passiert ist! Ich weiß es nicht! Du kannst glaube ich nur sehen, wie es passiert ist! Aber, Ricky, ich dachte, wir hatten unsere Fede beiseite gelegt! Ich bin Traitor! Ich muss mich doch töten! Was soll ich denn machen? Die Fede beiseite! Man! Find ich dich cool! Ist es auch nicht cool! Pass auf dich auf! Ich sag's dir ja! Ja, und tut mir leid, Ricky, das war irgendwie nicht so... Ich hab immer Angst, wenn ich Fully sehe! Dabei hab ich besseres Karma als du! Ja, das kann sein! Aber Karma spielt hier keine Rolle! Aua! Mel und ich haben uns gerade sehr ähnlich geräuspert! Ich fand's richtig schön, das zu hören, oder? Und Mogi, wie ist es da in der Ecke? Ich weiß nicht, worauf ich geräuspert habe! Was? War's der? War Inno? Warte mal! Was macht der denn da? Warte mal! Timo, ich hab alles gesehen! Das ist sehr sass für den G-Tag! Die geht weg! Ich seh nix! Deswegen hab ich geklärt bekommen! Wo bin ich? Ah, ich bin da! Ja, aber und jetzt? Hä? Was? Du bist jetzt Traitor! Warte, 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 ist grad passiert! Ich sag's mal so, ich wollte nur ein bisschen verdächtig wirken und äh... Komm, du hast mich grade erschreckt! Nur an die Ecke standen und sehen, was passiert! Ja, du bist umgebracht! Das passiert! Das lass ich dir! Ich bin übrigens jetzt zu 20% Traitor geworden! Hocky, wie geht's denn nicht damit, dass niemand auf den Merk-Tag gehört hat? Bist du Traitor oder bist du nur 20%? Oh! Ich bin richtig traurig drüber! Oh! 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 In der N 좋아요. Okay, das ist ok! Das ist okay! Was ist jetzt passiert! Ich hab nicht gesehen. 什麼 ist in der falsche Richtung! Mogi, das müssen sie zimitieren! Warum schießt du? Was macht ihr? Was macht ihr denn da? Warum schießt Mogi? Mogi, wir haben uns verstanden, dass du Sussex weg willst. Oh nein! Oh shit! Wie das aussah! Nein! Ja! Wow! Ja! Oh, let's go! Gott, ich wusste auch nicht, dass du da bist. Das ist Johnnys Runde heute. Mogi, warst du wirklich jetzt Traitor? Das war so knapp, Leif. Ich hab mich noch nicht auf euch geschossen, ich hab immer noch gegen Wände geschossen. Ja, ich dachte, das war ein Ablenkungsmanöver. Mogi, das ist vollkommen ein Ablenkungsmanöver. Mogi, ist diese Runde vollkommen degeneriert, Alter. Was ist passiert? Ach so, Mogi. Ich mach das mal zum Spaß jetzt. Trink, Mogi. Mogi, tschu mir mal einen Gefallen und trink bitte was. Alkohol? Stimmt, irgendwas stimmt grad nicht. Ey Maeve, komm mal mit. Ey Hockey, das geht. Ich find keine Waffe, ey. Oh ne, die brennt. Mach doch nicht sowas mit mir. Oh Gott. Was wär das? Ich hab was gehört hier. Ja, ich hab Schaden genommen. Was? Uli, hör auf. Gegen zu rennen. Ja, aber die Waffe ist doch nicht bei mir. Geh raus, Hifti, das geht euch gar nichts an. Ist das etwa Law and Order? Nein. Ich hab nicht defasen, Alter. Ich hör so, Law and Order. Und dann so, BAM 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 BAM. Die waren so schockiert gerade. Ist das etwa? Ist das etwa Law and Order? Ist das etwa Law and Order? Ich brauche eine bessere Waffe, ey. Wenn der nächste reinkommt, der Titler. Ach nö, wo seid ihr denn? Ich will da nicht reinkommen. Ich komm doch nicht rein! Ich will da nicht reingehen, wo auch immer ihr seid. Oh mein Gott. Ey, wer ist da? Ja, dann seht ihr mich, ne? Ich kann schon Trigger-Hand hier, ey. Könnt ihr mich jetzt sehen, oder was? Ich will halt aber auch mit dem Feuer spielen. Maeve, komm doch mal rein, jetzt! Kann die Kamera mich nicht gerade sehen, theoretisch? Äh... Ich bin hier irgendwo. Er war drin! Warte ich drin! Er wird geschossen! Wer war das? Wieder meine Runde für Johnny als Innocent. Polly schießt auf mich! Er hat eine Banane gehabt! Das ist Law and Order! Warte, warte, ich hab ne gute Idee! Das Geräusch gefällt mir nicht. Macht er jetzt auch noch Chilis? Mann, Rikki, wieso gehst du raus? Krasser Move, Maeve! Krasser Move! Ich pack's nicht mehr! Ich fand's gut! Was war denn das jetzt? Er hat die Bananenbombe vom Pulli aufgehoben und damit dann... Die hat einfach reingeworfen, diese Camera-Leute. Johnny! Aber er war Innocent! Was ist denn jetzt, Rikki? Was wollte das? Nehmen wir dann... Nehmen wir dann zwischen eins und drei. Ich auch. Zwei! Easy! Oh! Jesus! Ich verzieh dich, Rikki, du brauchst mir Angst. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Letzte Runde. Gott, wie scheiße die Huge ist, ne? Kann man die einfach löschen? Welche hatte ich grade, welche Waffe war stark? Wieso nimmst du die überhaupt? Ganz kurz. Na, ich hab keine andere gefunden und ich dachte, ach komm, die ballert so rein, damit kann ich Maeve doch nicht spielen, oder? Oh, die schallert richtig. Ich kann mir nie merken, welche Waffe... Ja, voll im Fünnarsch. Als ein Teil des Clubs warst, musst du dich Bananenbomben reinwerfen. Oh, ne Shotgun. Easy. Ja, ich war ein bisschen... Ne geiles Shotgun für mich. Ich war eifersüchtig auf euch beide, okay? Und nicht für Rikki. Rikki hat keine Shotgun. Rikki bekommt keine Shotgun. Hockey guckt sich die Camps an. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Warum ist das grad ein Hörspiel? Mogi guckt sich die Camps an. Johnny guckt eigentlich nicht um, Scheiße. Normalerweise singt Johnny mal an irgendeinem Punkt. So. Johnny guckt sich im Detective Shop oben. Johnny, gib mir eine Detective. Ey, komm schon! Hä? Hast du geschossen, Hockey? Nein. Okay. Hast du geschossen? Nein. Ist Johnny tot? Wie auffällig, Mr. Mogheri. Ich brauch ne große... Wer ist gerade mir vorbeigelaufen? Warte, wer ist das? Wer ist das? Rikki? Hä, was denn, was denn, was denn, was denn? Du hast auch diese Chilis dahin gelegt. Du bist gerade an mir vorbei. Nö. Nö. Ah, Rikki. Hatte... Ja, genau! Als ob mich zu... Hä? Als ob es Rikki war. Der hätte mich umbringen können als Detective direkt am Anfang. Ja, Bonusrunde! Aber er hatte keine Shotgun! Aber er hatte keine Shotgun! Hatte er nen Defibrillator? Hab ich nicht gesehen. Tja, Rikki, wie ist das so, ohne Shotgun-Traitor neben dem Detective zu sein? Da sagt er nicht! Da sagt er nicht! Da sagt er nicht! Hey, Hocky, was war denn? Mach eine Runde mal nicht kacke! Mocky, warte mal! Stopp! 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 Hattest du hier denn grad für ne schöne Waffe? Lass mir die Shotgun nehmen! Hocky! Danke! Ich hätte gerade schon ne Shotgun! Doch, glaub mir, ich spiel trotzdem noch kacke! Das ist wirklich nicht... Nicht der Regel wert! Mocky, wenn du trächt, dann bist du dir nicht jetzt bitte! Okay! Fire! Fire! Ich hab keine Waffe! Rikki war innocent! Ich hab keine Waffe! Hocky ist es! Hallo, hallo, wieso? Hocky ist es? Hocky ist es! Hocky ist es! Hocky ist es? Alter, wieso schieße ich? Hocky, was sollte das, warum hast du getan? Es war Superstars, was du gemacht hast! Hocky ist es! Hocky ist es! Ich bin das doch gar nicht! Ich stehe doch hier beim Detective! Ihr möchtet sie mieten, bitte! Aber wer schießt mich an? Hocky! Ich stehe doch da! Nein, ich hab nichts gemacht! Ich seh nix! Hocky war höchst suspekt! Wo ist Hocky? Hocky schießt! Wo ist Hocky? Ich hab nichts gemacht! Hocky, wo bist du? Hocky, wo bist du? Hocky, warum ist der Handy? 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 Er hat geschossen auf uns! Es ist wirklich gewesen! Es ist wirklich gewesen! Ich hab ihn lachen! Uh! Wen hab ich gekauft? Ich wollte vorliegen. Meine gute Waffe! Ich glaub nicht! Er hat die SG fangen lassen! Ja, ich glaube, er hat nix! Hm! Meine Waffe! No! Was war denn das bei der Waffe? Es war ne, äh, Snapper Rifle! SG! Hallo? Mocky steht da so komisch in der Ecke! Ich glaub, er hätt grad geschossen! Ich hab Hocky erschossen! Willst du mich machen? Mocky und ich sind safe innocent! Okay! Gut, dass du dich dann auch mit rein zählst! Die Nummer, Ricky! Äh, natürlich! Weil ich hab auf Dinges geschossen! Hocky hat angefangen auf Hocky zu schießen! Ohne Grund! Du kommst nicht mehr in die Waffe rein! Warum würden den Schräter ohne Grund auf den Schräter schießen? Ja! Auf wen schießen wir denn jetzt? Emergency Meeting, damit wir sowas ausmachen! Hat Mace irgendeine wichtige Waffe gedroppt? Auf wen schießen wir? Ich will jemanden erschießen! Warte! 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 Ich stopp! Ich und ich haben Hocky erlegt! Hammer Time! Warte! Wir machen das so! Stopp! Stopp! Ich hab ne super Lösung! Ich hab ne super Lösung! Ich hab ne super Lösung! Ich bin die Eins! Mace ist die Zwei! Mace ist die Drei! Und Fulich die Vier! Computer! Immer eine Zahl zwischen Eins und Vier! Hier ist eine Zahl zwischen Eins und Vier! Zwei! Jungs, ich hab ne bessere Idee! Ich war die Zwei, oder? Oh mein Gott! Er hat ne Melonenanscher gedroppt! Oh! Er war ja... Was? Er war's! Aber dann müsste es doch vorbei sein! Moment! Okay! Wir machen weiter! Ich bin die Eins! Mace ist die Zwei! Fuli ist die Drei! Computer! Hier ist eine Zahl zwischen Eins und Drei! Er ist gestorben! Er ist gestorben! Nicht wegen Mia! Er ist gestorben! Du machst doch die Zwei! Was? Mace, du bist es? Nein! Oh! Er ist es! Er ist es! Er ist es! Danke, Mann! Ich hab ihr zu sehr vertraut! Oh! Ich find's gut, dass ich auch die Golden-Digle-Einsenz ohne zu sagen, auf wenige Ziele! Bonusrunde! Ich hab mich selber umgebracht! Oh Mann! Ich hätte das holen können ohne die Golden-Digle! Vollidiot! Du hättest es mit der Golden-Digle generell nicht holen können! Ihr wart so gemein zu mir! Ja, was denn jetzt? Willst du heulen? Ist das jetzt die Bonusrunde der Bonusrunde? Nee, das eben war die letzte Runde! Jetzt ist die Bonusrunde! Ich dachte, wir haben eine Bonusrunde! Ich dachte, wir haben eine Launcher von Hockey aufgehobene Wabe leer! Das war keine Bonusrunde! Ich wollte die ganze Zeit Hockey auch wiederbeleben, aber Hockey stand die ganze Zeit daneben, Als ob der Speck in den Taschen hat, ja! Oh, danke! Speck! Speck! Speck in den Taschen! Hockey! Gib's doch zu, du hast doch Speck in den Taschen! Was machst du denn in der Ecke? Äh, mein TTT ist abgestürzt! Nein! Wahrscheinlich! Was? Na wirklich! Alter, Maeve, was ist passiert? Lebst du noch? Maeve lebt nicht mehr, oder? Ricky war Traitor! Warte, warte mal! Können wir Hockey suchen? Nein! Hockey, das Spiel ist gerade abgestürzt! Ich bin an den Camps! Das ist vor meinen Augen aus dem Spiel gesetzt! Ich seh ihn! Na, wo ist denn der Speck hin? Äh... Okay, wir haben einen Traitor schon down! Hockey ist verschwunden! Johnny ist... Johnny ist keine Gefahr! Ich bin an den Camps! Oh, Johnny ist... Oh, es ist Moggy! Nee, na, nee, wait! Warte mal! Ist es nicht? Nee, ich dachte, hier liegt die Leiche von Johnny! Und dann hättest du's confirmed! Wo ist Johnny? Ich bin hier an den Camps! Was hast du in den Taschen? Du lebst noch! Oh! Ich hab Speck in den Taschen! Ziemlich sicher! Köstlich! Ähm... Ich mag die Waffe nicht, ich hab... Wie geht die Scheiße hier? Johnny? Jetzt ist er Speck! Ja? Nein, wieso häng ich denn hier fest? Was? 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 Ahahahahaha! Wuhu! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sekunde! So, was mach ich denn jetzt noch Schönes? Ähm... John? Jo, Timo! Wollen wir ein Emergency Meeting einberufen eigentlich? Okay, können wir machen! Ja, dann... dann mal los! Ja, komm mal her! Scheiße! Komm schon, ein Schuss! Das gibt's nicht! Wirklich! Oh! Johnny! Ja, ich muss ja aus der Entfernung irgendwie noch richtig sicher gehen, dass der auch wirklich... Ich hab mir jetzt noch nie so schreien gehört! Woran bin ich gestorben? Ah! Johnny, was hast du da eingesetzt? Dieses Portal oder was das war? Ja, woran bin ich gestorben? Ich glaub, ich hab... ich bin einfach... ich hab Teleporter eingesetzt, wurde mit dir getauscht und du bist daran verreckt, dass da irgendwie... Ja, aber du hast geschossen und hast quasi dich selbst erschrocken! Ja, ich glaub auch! Oh mein Gott! Das war insane! Oh, weil ich schieß auf dich und denk mir so, hä, warum bin ich jetzt... Ja, das war... das muss vom Timing her unfassbar gewesen sein! Keine Ahnung! Okay, wir machen noch eine... warte, 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 stopp, stopp, stopp! Alle nochmal zusammen, alle im Crow-Boss und wir prüfen einfach gegenseitig Tod! Okay! Okay! Hier beim Emergency Meeting! Okay, erstmal... Oh nein! Jemand hat eine Chili geworfen! Nein! Shit! Gott, ich bin schon tot, oder? Du hast nur dich selbst geschossen! Was ist niemand sonst geschossen?! Hallo, hallo, hallo! Ricky, ich bin Detective! Ja, wir können das... Dann bist du Traitor, ziemlich sicher! Ist doch egal, alle gehen alle! Ja, ich weiß, aber... Timo, chill! Timo, chill! Nein! Ich will nicht abgestoppt werden! Ich will nicht abgestoppt werden! Du kannst doch wenigstens Traitor umbringen! Mave stoppt ab! Mave stoppt ab! Komm schon! Oh nein! Let's go! Ist noch nicht vorbei! Und... Ja! 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 Und das ist auch schon ein Poker-Shark auf dem nächsten Part! King of the Killed! Ich will nicht jemanden mit der Bananenbombe erwischen außer mich selbst! Nur dich selbst! Ich hab's in die Adrecke des Raums geworfen! Morgi, wir machen die alle vor meinen Füßen! Good job! Nice! Ciao, ciao! Ciao! Tschüss! Dies, tschüss! 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 Su war im NDR dass